Musik Der Druck von Musiknoten war zu Beethovens Zeit sehr aufwendig. Da war zunächst einmal das Autograf, das man so eigentlich keinem Verleger übergeben konnte, denn das war ein Arbeitsmanuskript und wie wir wissen, gerade Beethoven hat ja sehr schwer leserlich geschrieben, das gilt nicht nur für seine Textniederschriften, sondern eben gerade auch für seine Musiknoten und da musste es natürlich eine Zwischenphase geben in Form einer Reinschrift. Natürlich, Beethoven hat es nicht notwendig gehabt, sich solchen mechanischen Arbeiten zu unterziehen, dafür hat es eigene Kopisten gegeben, die dann auch bezahlt wurden für diese Aufgabe. Das war aber natürlich schon einmal die erste Fehlerquelle. Dieses Manuskript, diese Reinschrift ist dann in den Verlag gegangen und von dort hat man dann Stichplatten, also Metallplatten angefertigt, das waren die Druckplatten, die in einen Stock eingeschwant wurden, von denen aus dann das Papier eben bedruckt wurde. Jetzt muss man noch so sagen, wenn es sich zum Beispiel um ein Werk wie eine Symphonie handelt, dann hat man ja nicht die Partitur gedruckt. Das war nur in wenigen Fällen damals üblich, sondern das Wesentliche war, dass man eben die Stimmen, die Orchesterstimmen gedruckt hat, weil nach denen wurde gespielt, also da ging es sehr, sehr stark um das rein Praktische. Bei Streichquartetten ist so gut wie überhaupt nie eine Partitur erschienen zum Beispiel. Also nur die reinen Stimmenausgaben. Also auch das musste erst gemacht werden, eben von einem Kopisten. So, jetzt natürlich der Stecher hat vom Kopistenmanuskript das abgenommen und hat das also in diese Metallplatten gemeißelt, wieder eine Fehlerquelle natürlich. Ja, dann wurde das Ganze gedruckt, es hat sogenannte Korrekturfahnen gegeben, die wurden dann dem Komponisten übermittelt. Der hatte eben zu korrigieren und natürlich hatte der Verleger keine Freude damit, wenn viele Korrekturen angefallen sind. Man konnte schon auf diesen Metallplatten so etwas ausbessern, man musste nicht die ganze Platte neu anfertigen, aber es war doch eben mit einem erheblichen Aufwand verbunden und das hat die ganze Sache natürlich verteuert. Das haben einige Verlage eben gemeint, dass sie sich ersparen können, sehr zum Missfallen von Beethoven. Beethoven ist es immer um eine möglichst korrekte Ausgabe von seinen Werken gegangen. Das hat sehr viel eben mit Selbstachtung zu tun. Der Geniekult ist ja in dieser Zeit aufgekommen, das hat sehr viel mit dem bürgerlichen Selbstverständnis zu tun. Wir haben zwar nicht die noble Geburt wie die Adeligen, aber wir haben schon auch etwas zu bieten. Die besten Vertreter unseres Standes schaffen eben solche großartige Werke wie eben ein Ludwig van Beethoven, wie ein Johann Wolfgang von Goethe etc. und Beethoven hat das schon gewusst und er hat schon gewusst, wie er sich einzuschätzen hat und deshalb war es ihm also sehr daran gelegen, wenn er jetzt sein Herzblut gibt, um diese Werke hervorzubringen, niederzuschreiben, dass das nicht wieder zerstört wird durch irgendwelche Fehlerteufel. Und da konnte er schon sehr böse werden, wenn er so zu viele Fehler gefunden hat oder überhaupt unerlaubte Nachdrucke, die gar nicht zu ihm zur Korrektur gekommen sind. Es war nicht immer so, dass die Verleger den Wünschen Beethovens zur Gänze nachgekommen sind. Manchmal musste sich Beethoven damit begnügen, dass sogenannte Fehlerverzeichnisse erschienen sind. Das heißt, man hat also den Notentext so belassen, wie er eben war, hat dann aber Zettel beigelegt, wo gestanden ist, im Takt so und so sollte es heißen E statt F oder was auch immer nicht. Ja, das sind heute aber sehr, sehr wesentliche Quellen für sogenannte wissenschaftlich-kritische Ausgaben, weil aus denen lässt sich der Wille des Komponisten sehr genau ersehen. Na ja, und wenn der Wille des Komponisten einmal ganz und gar missachtet wurde, dann konnte es schon dazu kommen, dass Beethoven eben auch sich in einem Zeitungsinserat an das verehrte Publikum gewandt hat, indem er dann eine Ausgabe, die ihm nicht gepasst hat, in Grund und Boden verdammt hat. Publikum gewandt hat, indem er dann eine Ausgabe, die ihm nicht gepasst hat.